Das ist das Tor! Ich flippe aus! Lieber Klaas, vielen Dank für euch! Danke Karls-USG! Grandiose Stimmung! Phänomenal, wie das Stadion gebebt hat, mehr oder weniger. Ein einmaliges Erlebnis für alle Beteiligten. Das ist doch die Chance! Das ist das Tor! Ich flippe aus! Das gibt es nicht! Jetzt müssen wir auf den Freistoß achten. Tor! In der letzten Stunde im Europapokal! Hektar Schmitz! Das ist nicht wirklich! Es ist unfassbar! Unglaublich! Ich rass mich! Ich werde wahnsinnig hier! Und da sind ja auch nicht Är gelungen! Es ist die Chance! Danke, bleib! Du bist auf den Ball. Du bist auf den Ball. Du bist um 206. Musik Eine Stimmung wie zu lange vergangenen Europa-Pokaltag. Senchuk Alibas, mitten durch, super gemacht, linker aus, 95-2. Eine Vorführung in Sachen, den Gegner auf ein paar Quadratmetern demütig. Klingmann, Krebs, nochmal Klingmann, Soriano und dann rein das Ding, 4-2. Karlsruhe's Motto lautet, Liebe kennt keine Liga. Schala Nulu bewegt sich zuerst, aber Alibas schießt und wie! Karlsruhe's Motto lautet, Liebe kennt keine Liga. Stimmt, denn das macht Spaß. Schala Nulu, fast 30 Meter, da kommt was, da flattert was, Stollen zum 3-2. Vollgas, 100 Prozent, Vollgas, 100 Prozent. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018